Herzlich Willkommen zu unserer elften Stunde bezüglich des Themas Jüngerschaft. Wir wollen heute betrachten das Thema Ausbildung zu geistlichen Leitern. Wir haben in den letzten Lektionen gesehen, dass wir uns um gewisse Menschengruppen kümmern sollen, um sie zu jüngern zu machen. Und wir sind zuletzt angekommen, dass die ganze Welt, dass wir zu allen Menschen, zu allen Völkern gehen sollen und sie zu jüngern zu machen. Das ist unser Auftrag. Die letzten drei Lektionen 11, 12 und 13 wollen uns etwas lehren, wie die aussehen müssen, die diesen Auftrag erfüllen sollen. Und es fängt damit an, dass wir sehen, wie Jesus seine Jünger aussuchte und wie er sie, nach welchen Kriterien er das tat und wie er sie vorbereitete, dass sie das, was wir bisher so gelesen und gelernt haben, ausführen können. Deshalb wollen wir uns heute mit den geistlichen Leitern beschäftigen. Das heißt, wie hat Jesus angefangen mit seinen Jüngern und aus ihnen geistliche Leiter gemacht? Die erste Frage ist, sind geistliche Leiter auch Jünger oder sind sie Herren? Ich denke, es ist eindeutig, dass geistliche Leiter nichts anderes sind als Jünger. Was unterscheidet sie von den anderen Jüngern? Wenn wir hier die Jüngerschaft haben, dann können wir sagen, wir haben an der Spitze sozusagen, an der Leitung geistliche Menschen. Sie sind auch Jünger. Der einzige Unterschied zu den anderen Jüngern ist, dass sie fortgeschrittene sind. Das heißt, sie sind fortgeschrittene Jünger, sie sind immer noch Jünger. Ein geistlicher Leiter ist ein Jünger. Wenn man so will, er ist ein Oberjünger. Und wir werden sehen, welches letztendlich die Qualität ist, die einen Jünger zu einem geistlichen Leiter macht. Aber wir brauchen fortgeschrittene Jünger. Und dann haben wir hier unten vielleicht noch eine andere Gruppe. Das sind die Anfängerjünger. Das sind die, die am Anfang stehen, die gerade zu Jüngern geworden sind. Und sicherlich könnten wir noch eine Gruppe von mittelständigen Jüngern finden, die irgendwo sich zwischen diesen zwei Gruppen befinden, zwischen den Anfängen und den Leitern. So, für jeden, den Jesus ausbildete, von seinen Jüngern, musste durch dieses Stadium durchgehen. Das Ziel ist es, aus jedem Jünger einen fortgeschrittenen Jünger zu machen. Das heißt, einen, der in in der Lage ist, Dinge zu lernen und durch die Erfahrung umzusetzen. Was unterstreitet einen Anfänger von einem Fortgeschrittenen? Was ganz wichtig ist, ist, hier gibt es eine Zeitspanne. Eine Zeitspanne. Und diese Zeitspanne ist nicht vernachlässigbar. Ein Anfängerjünger wird nicht schnell zu einem fortgeschrittenen Jünger. Das ist sehr verleitend manchmal, dass wir denken, wenn ein Mensch frisch zum Glauben gekommen ist, dass wir ihm schon Leitungspositionen geben können, weil wir sehen ja seinen Eifer, wir sehen seine Hingabe, wir sehen, dass er voll dabei ist. Aber dem Anfänger fehlt Zeit. Und in dieser Zeit, diese Zeit, die der Anfänger braucht, diese Zeitspanne, die notwendig ist, vom Anfänger zum Fortgeschrittenen zu kommen, bedarf Erkenntnis und sie bedarf Erfahrung. Beides fehlt dem Anfänger, weil beides nur in der Zeit erkannt und umgesetzt wird. Jesus erklärt in einem seiner Gleichnisse, wenn er davon spricht, von dem aussehenden Samen. So gibt es dort, wenn wir lesen in Matthäus 13, dass der Samen auf unterschiedlichen Boden fällt. So, der Samen ist das Evangelium und die, die damit erreicht werden sollen, sind die Jünger. Und es gibt, Jesus erzählt, zumindest vier unterschiedliche Gruppen, die darauf reagieren. Und die Gruppe, die ich besonders hier hervorheben möchte, die irreführend ist, ist die Gruppe, wo der Samen auf steinigen Boden fällt. Das heißt, es gibt eine Schicht, die ist mit guter Erde und dann ist darunter der steinige Boden. Hier entwickelt sich die Frucht sehr schnell. Also das heißt nicht die Frucht, sondern die Saat. Der Halm kommt raus, es fängt an zu wachsen und man sieht das und denkt, wow, hier erwartet man eine große Ernte. Aber letztendlich stirbt es ab, bringt keine Frucht, weil es hat keine tiefen Wurzeln. Ihr fehlt Erfahrung und Erkenntnis. Es ist wie ein schnelles Feuer, das entsteht, dann aber erlöscht. Es gibt auch die anderen Kategorien, vergleichbar, aber dort mit denen unter Dorn und Disteln, da wird es auch aufgenommen. Aber die Sorgen des Lebens und so weiter führen schnell dazu, dass die Saat erstirbt und keine Frucht bringt. Deshalb ist es wichtig zu wissen, wenn man den Samen sät, um Jünger zu gewinnen, dann dürfen wir nicht in die Gefahr kommen, diese Unerfahrenen, Jünger, in eine Leitungsposition zu setzen. Weil dann ist die Gefahr groß, dass der Boden nicht hält und er steinig ist und daraus nichts wird, sondern nur Schaden entsteht. Deshalb als Jesus seine Jünger aussuchte, hat er nicht geguckt nach einem steinigen Boden, auch nicht geguckt nach Menschen, die von den Sorgen des Lebens dann die Saat ersticken. Er hat auch nicht geguckt auf die, die es eh nicht aufnehmen können. Das ist der Boden, der getrocknet ist, der gestampft ist. Er hat danach gesucht, wie er den Samen setzt in einen fruchtbaren Boden. Er konnte das sehen. Er hatte die Möglichkeit, zu schauen, aufgrund seiner Erkenntnis und Erfahrung, wo dieser Boden ist. Ich denke, auch für einen heute fortgeschrittenen Jünger mag gewisse Eigenschaften ihn befähigen, gewisse Tendenzen bei gewissen Menschen zu erkennen. Sicherlich nicht so wie der Heiland. Und es ist auch immer schwierig, weil man kann sich täuschen. Deshalb ist etwas, was nicht täuschbar ist, nämlich was passiert in der Zeitspanne? Wie entwickelt sich die Saat in der Zeit? Ohne Zeit kann sich die Frucht nicht entwickeln. Die Frucht steht am Ende der Zeitspanne, am Ende des Ganzen. Und sie bedarf einer Entwicklung. Sie ist nicht sofort da bei dem Anfänger. Deshalb wird sich das Werk eines jeden in der Zeit bewähren. Nicht in einem kurzen Aufflammen des Feuers. Nicht in einer großen, schnellen Erkenntnis. Weil das kann man schneller werben, weil sie theoretisch ist. Und mancher ist sehr intelligent und kann das hintereinander machen. Aber die Erkenntnis ohne Erfahrung, wie wir in der Lektion sehen werden, ist nicht förderlich. Sie ist täuschend. Und führt nicht zu dem gewünschten Erfolg. Deshalb, das Werk eines jeden wird sich zeigen in der Zeit. nicht in einem plötzlichen Aufflammen, nicht in einer plötzlichen Tat, nicht in einem explosionsartigen Geschehen, sondern langsam. Wie es in der Natur gesehen ist, entwickelt sich aus dem Samen. Und wir haben letztens gesehen, er muss er sterben, damit er Frucht bringt, damit er anfängt zu wachsen und dass er eines Tages viel Frucht bringt. All das ist ein Prozess. Und dieser Prozess muss bis zum Ende verfolgt werden. Wird er unterwegs unterbrochen, ob das durch einen steinigen Boden sind, durch Dornen und Disteln, so führt die Saat nicht zur Ernte und zum Erfolg. Deshalb, als ich Jesus Jünger aussuchte, hatte er im Blick. Er wollte keine schnelle Flamme. Er wollte lieber ein Feuer, dass das stetig brennt und größer und größer und größer wird. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich nach ein, zwei Jahren oder drei Jahren nach meiner Bekehrung, vor zehneinhalb Jahren Wiederbekehrung, mit einem der Freunde unserer Familie zusammentraf und wir fuhren im Auto zusammen und er sagte mir, Weißt du, als ich und wir, als die Familie dich sahen, wie eifrig du warst am Anfang, dachten wir, das ist nur ein Feuer, das bald wieder verschwindet. Sie hatte nicht erwartet, dass es drei Jahre anhält, weil sehr häufig ist das die Erfahrung, die auch ich mache und wir können das beobachten. Menschen nehmen es schnell an. So war ich vor einem Jahr und etwas, fast zwei Jahre sind es jetzt her, an einem Ort und hatte Vorträge erhalten, habe eine Frau dort beraten, sie nahm das Evangelium gerne an, sie war am Rande ihres Lebens, sie wollte sich an dem Tage das Leben nehmen. Und sie saugte das Evangelium auf und setzte es eine Weile um und dann brach sie alles ab. Und sicherlich ist es möglich, auch wenn jemand am Anfang ein Feuer flammt und der Boden steinig ist, dass auch aus einem steinigen Boden man nachhinein doch noch eine Frucht bringen kann, das heißt, dass der Boden sich verändert. Das ist ja nur ein Bild. Das Herz ist fähig, verändert zu werden. Und nach einem Jahr und etwas, jetzt vor kurzem, loderte das Flämmchen wieder auf. Und ich hoffe, dass es jetzt bleibt. Ich hoffe, dass jetzt die Wahl besteht, dass man beständig ist in seinem Wandel und nicht hin und her schwankt. Jesus wollte Jünger haben, die er zu leiten machte und er konnte sie erst zu leiten machen durch die täglichen Erfahrungen, durch das Geben von Erkenntnis, durch Umsetzen der Erkenntnis, damit sie wachsen, damit sie eines Tages Frucht bringen. Und Frucht bringen ist, andere Jünger zu machen. Aber auch wiederum nicht andere Jünger zu machen, so wie das heute ist, dass man Zahlen hat und sagt, ja, das sind die Menschen, die ich zu Jesus geführt habe. Nein, zu Jüngern machen ist mehr als das. Zu Jüngern machen bedeutet, ich gebe diesen ein Vorbild, dass sie so wandeln, wie ich wandle. Ich gebe ihnen die Chance, mich zu betrachten. Ich weise hin auf den Herrn, auf das, wie ich gelernt habe. Und dadurch bearbeitet man einen Boden, der dann wächst und durch die Zeitspanne, durch die Beziehung, die er aufbaut zu seinem Herrn, zu einem fortgeschrittenen Jünger wird, der dann fähig ist, zu leiten und wiederum andere Jünger zu machen. Wie hat sich unser Heiland seine Jünger ausgesucht? Welches waren die Kriterien? Was mussten sie mitbringen, damit er sie zu seinen Jüngern machte? Nun aus der Heiligen Schrift wissen wir, dass die Jünger ihn suchten. Sie waren zunächst Jünger des Johannes. Und da Johannes ja nur ein Vorreiter war, ein geistlicher Leiter, der die Jünger auf Jesus hinwies, so als sie die Erkenntnis hatten, das ist der Messias. So riefen sie zu sich, die, die sie kannten. Und eines der erstaunlichen Dinge, die mir auffielen in diesen Tagen, ist, dass es doch Familienmitglieder waren, die sie zusammenholten. Das heißt, es waren Brüderpaare dabei, die zu Jünger Jesu wurden. Es war also nicht von, wenn man so will, von jeder Gruppe von Menschen, aber die, die Gott suchten, die erwählte er. Aber er hatte sie erwählt, weil die Jünger gewisse Voraussetzungen mitbrachten im Sinne von Gelehrsamkeit, Reichtum, Erziehung, das heißt Schulbildung. Wir sehen, dass das nicht so stattfand. Für Jesus war nicht entscheidend als Voraussetzung das, was für uns Menschen vielleicht entscheidend ist. Die Voraussetzung die Voraussetzung eines erfolgreichen Jüngers. Was sind sie? Was sind die Voraussetzungen eines erfolgreichen Jüngers? Und wir haben es letztes Mal gelesen und ich möchte es jetzt nochmal betonen. Was sind die Voraussetzungen nach denen Gott und nach denen Jesus seine Jünger erwählte? Hier in diesem Buch den Fußspuren des großen Arztes auf Seite 39. Wenn Gott Männer und Frauen zu seinem Dienst erwählt, so fragt er nicht, ob sie Gelehrsamkeit, Beretsamkeit oder weltliche Reichtümer besitzen. Er fragt, wandeln sie in solcher Demut, dass ich sie meine Wege lehren kann. So eine Voraussetzung ist eine Voraussetzung für ein wichtiges für den Herrn ist erkenne ich in diesem Menschen, dass er belehrsam ist. erkenne ich, dass er die Fähigkeit hat, zu lernen. Und das wird natürlich als Demut bezeichnet oder Fähigkeit sich belehren zu lassen. Wisst ihr, dass das nicht etwas Einfaches ist heute? Finden wir wirklich leicht Menschen, die sich was sagen lassen? Mancher kommt und auch das ist die Erfahrung und will etwas wissen, will einen Rat haben, er lässt sich beraten, er hört zu. Aber er tut es nicht. Er will was, er will was wissen, er hört vielleicht da und dort und berät sich von zehn Leuten. Aber letztendlich kann er noch hundert fragen, er tut es dennoch nicht. Weil er zwar eine Idee haben will, aber er sieht die Idee nicht für sich als wichtig, sie umzusetzen. ich denke, diese Voraussetzung, dass man einen Menschen findet, der sich belehren lässt, ist heute gar nicht so einfach. jemanden zu finden, der sagt, okay, ich gucke mir das an, ich setze es um und schaue, was daraus wird. Da ist der Stolz, der uns davon abhält, als Menschen, dass wir belehrsam sind. Deshalb hat Jesus nicht geguckt, ob die Menschen gelehrt sind, ob seine Jünger gute Ausbildung hatte, keiner, außer Judas hatten eine Ausbildung, aber den hat er nicht gerufen. Nicht, dass die Ausbildung etwas Negatives ist, nein, aber je höher jemand gebildet ist, umso schwieriger wird er belehrbar. Nicht, dass Belehrsamkeit nicht gut ist, also Gelehrsamkeit nicht, eine gute Ausbildung ist gut, aber je mehr ein Mensch denkt, er hat es begriffen und auf seine Schulbildung hinweisen kann, umso schwieriger ist er belehrsam. Sicher, auch das sind sich die meisten Menschen nicht bewusst, dass sie unbelehrsam sind. Auch das ist schwer. Ich stehe vor manchen Situationen, wo ich einfach es begreife. Es nutzt nichts, was ich sage. Es wird so oder so irgendwo abgelehnt. Aber ich bin auch jemand von meinem Charakter her, der nicht leicht aufgibt. Und so denke ich, wenn nicht heute, dann vielleicht morgen. Und wenn nicht morgen, dann vielleicht übermorgen. Und so bleibe ich dran. Auch an jemandem, der nicht sofort sich belehren lässt. Vielleicht erkennt es doch noch. So, aber es eine gute Sache. Wenn Jesus geguckt hat nach Menschen, dann wollte er in ihnen etwas finden, wo er aufbauen konnte. Und eines der wichtigsten Voraussetzungen, ein jünger Jesu zu werden, ein Erfolgreicher, ist, dass man sich belehren lässt. Das heißt nicht, dass ich tue, was jemand anders mir sagt. nicht missverstanden wird, sondern ich setze meine Kenntnis, ich setze das, was ich habe, und frage mich, ob das, was hier angeboten wird, nicht das Bessere ist. Ich probiere es aus, was an sich mir als etwas Nützliches dient. Ich bleibe nicht bei der Idee, das bringt sowieso nichts. Das ist nicht Belehrsamkeit, sondern ich sage mir, okay, ich sehe zwar nicht wie, aber lass mal schauen. Ich probiere es mal aus. Als mich der Heiland kurz nach meiner Bekehrung darauf hinwies, in dem, was ich las und in der Schrift, dass es besser ist, für jemanden, der nicht viel arbeitet, nur zweimal zu essen am Tag, das heißt körperlich, weil sonst sein ganzes System überlastet wird und er Dinge ansammelt, die unnötig sind und dann sein Körper und Geist nicht fichtig funktionieren kann. So dachte ich, das ist für mich unmöglich. wie soll ich auf die Abendmahlzeit verzichten? Aber ich war in meinen ersten Tagen, in meinem ersten Liebe, ich hoffe, ich immer noch habe und ich habe gesagt, Herr, ich probiere es. Mal sehen, was wird daraus? Ich sehe es nicht für unmöglich an, dass ich es tue, also probiere ich es. Und siehe da, jetzt sind mehr wie zehn Jahre vergangen und das Experiment ist geglückt. Ich bin dankbar, dass ich jetzt eine Gewohnheit habe, mit zwei Mahlzeiten am Tag und ich wüsste nicht, wie ich jetzt heute drei essen sollte, weil einfach die Gewohnheit geworden ist und mit zweien hat man ausreichend, wenn man nur so viel körperliche Bewegung hat, wie ich persönlich jetzt habe. So, das ist nur ein Beispiel, ist man belehrsam, geht man auch gegen das, was man zunächst als zwar mit Erkenntnis erkennt, aber für unmöglich hält, probiert man es trotzdem, um zu sehen, ob es funktioniert oder nicht. Das ist ein belehrsamer Mensch, so würde ich es erklären. Die zweite Voraussetzung steht hier, kann ich meine Worte in ihren Mund legen? Das heißt, bin ich fähig, nicht das zu sagen oder das weiterzugeben, was ich meine, sondern bin ich fähig, ein Bote zu sein an Gottes statt. So formuliert man suche eine gute Formulierung für diese Eigenschaft zu finden. Kann ich meine Worte in ihren Mund legen? Das heißt, sind sie vertrauensvoll? Kann ich meine Morte in ihren Mund legen? Kann ich ihnen einen Auftrag geben und ich weiß, sie führen es als Bote aus? Werden sie mich darstellen? Das heißt, werden sie Träger sein eines Wesens, das nicht ein Menschliches ist, um es so auszunehmen. Das heißt, sind sie willig? Werden sie es durch Belehrung dazu bringen, in ihrem eigenen Leben das zu leben, was sie verkündigen? Sind sie fähig? Christi Charakter zu tragen. Das sind drei Voraussetzungen, wenn man so will, auf die Gott schaut, wenn er nach Menschen ausschaut, um sie für deinen Dienst zu erwählen. Es sind also nicht Fähigkeiten, ob jemand gut reden kann. Es sind nicht Fähigkeiten, ob jemand außergewöhnlich intelligent ist oder einen hohen Intelligenzquotienten hat. Es ist auch nicht, ob jemand einen guten Charakter hat, letztendlich, ob er irgendwelche charakterlichen guten Voraussetzungen hat. Nein, wenn Jesus sich Jünger aussucht, um sie dann zu geistlichen Leitern zu machen, so hat er einen Weitblick im Sinn. Er will, dass sie Frucht bringen und er will sie zu tragfähigen Persönlichkeiten machen, die am Ende so viel gelernt haben, so viel Erkenntnis gewonnen haben, dass sie den Charakter Gottes völlig zum Ausdruck bringen. Ich möchte den Satz, den ich letztens noch mal gelesen habe und mich fasziniert die größte Offenbarung seiner Macht, das heißt der göttlichen Macht, wird erkannt in der menschlichen Natur, welche die Vollkommenheit des Charakters Christi erreicht. Das ist es, was ein, das Ziel eines Jüngers ist. das ist der das ist, wenn man so will, der Übergang zur Meisterschaft, die wir aber nicht in dem Sinne, wir werden nicht zu Meistern auf dieser Welt, nicht, dass wir hier nicht die Vollkommenheit erreichen, aber alle Menschen, die in Christi Dienst sind, werden hier auf dieser Welt nicht zu Meistern. Sie werden zwar die völlige Charaktervollkommenheit Christi erreichen, aber den Dienst als Meister und das ist letztendlich als Oberdiener gehen wir ein erst im Himmel, so wie wir das in der ersten Betrachtung gesehen hat. Wenn wir gelernt haben, Jünger zu sein, wenn wir gelernt haben, zu dienen, dann werden wir empor gehoben im Himmel, um Könige zu sein, so wie uns Gott ursprünglich berufen hat, aber Königsein im Himmel ist nicht irgendwo zu sitzen und Befehle zu geben, sondern Königsein ist zu dienen. Unser Heiland hat uns das vorgemacht, er ist im Himmel, er arbeitet als hohe Priester und wartet, wenn das Werk beendet ist, um dann die Königs Herrschaft zu übernehmen und auf diese Welt zu kommen, als König aller Könige und Herr aller Herren. so der Herr schaut auf Menschen auf seiner Suche, die fähig sind, über die Zeit das Werk zu tragen, nicht die nur kurz und eifrig sind, sondern die lange und ausdauernd arbeiten. Dazu brauchen wir eben diese Voraussetzungen. Wir müssen uns die Frage stellen, sind wir belehrsame Jünger? Kann Gott uns vertrauen, wenn er uns einen Auftrag gibt, dass wir diesen auch erfüllen werden? Das heißt, kann er sein Wort in unseren Mund setzen? und werden wir die Dinge, so wie wir sie lernen und andere lehren, selber zuerst umsetzen? Das ist das, was wir brauchen. Das ist das, wo wir hinkommen müssen. Jetzt haben wir gesehen, dass das eine Voraussetzung ist und es Zeit braucht, bis sich ein Charakter entwickelt, bis Erkenntnis in Erfahrung kommt, weil wir brauchen und die Jünger brauchten es, sie mussten lernen, in Jesu unter Jesu Führung und er musste ihnen sowohl theoretische als praktische Lehren geben und bei Jesus war das ausgeglichen. So nicht lange danach, nachdem er sie eingesegnet hatte zum Dienst ist und wir wissen, dass Jesus nicht unvorbereitet die Jünger ausgesucht hat und wir wissen, dass er sie nicht unvorbereitet zum Dienst berief. Die Nacht, die er verbrachte im Gebet auf dem Berg, bevor er die Jünger einsegnete und bevor er die Bergpredigt hielt, die er seinen Jüngern sagte, verharrte er die ganze Nacht im Gebet. Was hat er wohl gebraucht in dieser Nacht, dass er so viel gebetet hat? Worum ging es ihm? Er ist wahrscheinlich einen jeglichen seinen Jüngern durchgegangen. und hat mit dem Vater besprochen, wie er das Herz dieses Menschen erreichen kann, wie er einen jeden Einzelnen befähigen kann, zu einem erfolgreichen Jünger zu werden. würde mich sehr interessieren, in dieses Gebet Jesu, in diese Nacht hinein zu schauen. Was hat ihn beschäftigt? Was lag ihm so sehr am Herzen, was er sagte, das muss jetzt geschehen, weil morgen möchte ich sie einsegnen zum Dienst. Vater, wie soll ich es tun? Und ich denke, Jesus hat die Bergpredigt, er hat die Botschaft bekommen, die er diesen Jüngern mitgegeben hat. Und natürlich der Menge, die sich gesammelt hatte um ihn. Er hat den Judas, der sich angeboten hatte, nicht abgelehnt. Aber er wusste es. Er wusste von vornheran. dass Judas nicht belehrsam ist. Und er hat sich um Judas so sehr gekümmert, obwohl er das wusste. Damit Judas und kein anderer Mensch eine Entschuldigung hat, dass Gott, weil er wusste, dass er unbelehrsam ist, dass er und durchdringbar ist für das Evangelium, dass er ihn dann zur Seite gelassen hat und sich nicht angesteckt hat. Nein, um keinen der Jünger hat sich Jesus so angestrengt vom Judas, damit dieser keinen Grund hat, ihn zu verleugnen, keinen Grund hat, sich von ihm abzuwenden. Aber Judas, der Gelehrte unter den Jüngern, ließ sich nicht belehren. Jesus wusste es, er lehnte es nicht ab, weil er sagte, in dieser Zeitspanne wird sich zeigen, was für ein Boden der Judas ist. Über die Zeit wird sich alles zeigen, wie es verlaufen wird. So Jesus wählte sich diese Jünger aus, außer dem Judas, und er lehrte sie, aber er nahm auch den Judas ein und segnete ihn ein als Jünger. Er wollte niemanden und niemand jemals den Eindruck ergeben, dass jemand zu ihm kommt und er weist ihn ab. Jesus spricht, jeder, der zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. So Jesus nimmt alle an, aber nur die, die sich lehren lassen, die kann er vorwärts führen, die kann er zum Ziel bringen. So Jesus betet die ganze Nacht und jetzt segnet er die Jünger ein und diese Einsegnung ist nicht nur ein Gebet für sie, sondern letztendlich eine Belehrung. Er betet nicht nur und sagt, okay, jetzt seid ihr eingesegnet. Er gibt ihnen eine klare Vorschrift, wie sie wandeln sollen. Er zeigt ihnen klar auf, was der Auftrag ist, das Reich Gottes zu verkündigen. So es ist das Gebet und es ist die klare Stellung und die klare Gabe der Erkenntnis. Er teilt ihnen mit, welches das Ziel ist, wohin sie gelangen sollen, was bewirkt werden soll durch ihre Jüngerschaft. Und nachdem er sie belehrt hat und sie in kurzer Zeit betrachtet haben, schickt er sie selber los, als Anfänger. Sie brauchen eine praktische Ausbildung. Und die praktische Ausbildung bringt Erfahrung. Man kann noch so geschickt sein in der Chirurgie als Chirurg. Man wird kein guter Chirurg, es sei denn, man hat es häufig getan. Es ist die Erfahrung, die einen Chirurgen aus macht, dass er gut ist. Ja, er hat eine Fähigkeit, er bringt eine Fähigkeit mit, dass er irgendwie schneiden kann, aber erst wenn er das zigmal getan hat, hundertfach, vielleicht tausendfach, dann hat er die Erfahrung, dann kann er es wirklich und so auch die Jünger. Er betet für sie, gibt ihnen die Erkenntnis, kurze theoretische Einführung und dann die Praxis. Weil nur in der Praxis lernt man die Erfahrung. Nur im Anwenden ist Lernen möglich. Und das ist etwas, was wir unbedingt verstehen müssen. Weil wenn wir dieses Prinzip nicht verstehen, bleiben wir mit einer theoretischen Erkenntnis und vielleicht auch mit einer Praxis, die nicht die entscheidende Praxis ist, um erfolgreicher Jünger zu sein, sondern nur mit etwas, was technisch ist, sage ich jetzt häufig und nicht aus der persönlichen Erfahrung kommt. Wir können auch reden lernen in einem Rhetorik Kurs. Wir können Fähigkeiten haben, gewisse Dinge gut darzustellen. Aber wisst ihr, ich denke nicht, dass das jemanden beeindrucken wird auf dem Weg zum ewigen Leben, auf dem Weg zur Jüngerschaft. Ich denke, was letztendlich hervordringen muss aus dem Leben dessen, der ein Jünger ist, ist seine Erfahrung. seine Erfahrung und diese Erfahrung kommt erst mit der Zeit. So, wir brauchen Erkenntnis und wir brauchen Erfahrung. Als Jesus seine Jünger schickte, schickte er sie nicht in ein Gebiet, wo er nicht schon vorher gewesen war. Das erste Mal. so er schickte sie an Orte, wo der Heiland schon in Anführungsstichlein bekannt war, dass sie dort dienen sollten, dass sie dort gehen sollten und das Evangelium nochmal verkündigen. Und erst später, als sie die Erfahrung gesammelt hatten, konnten sie auch an Orte gehen, wo er nicht war, wo man gegen sich war, wo Schwierigkeiten auftraten. Jesus ging einen sehr klaren taktischen Weg vor, damit er aus seinen Jüngern tragfähige über die Zeit starke Jünger macht. Und so überließ er nicht oder er übertrieb nicht die den Anspruch. Es war immer ein den Umständen angemessener Anspruch, den er an seine Jünger setzte. Er überforderte sie nie. Überforderung gibt es bei Gott nicht. Er wird uns nie in eine Situation bringen, wo die Arbeit zu schwer oder zu viel ist. das würde ja gegen ihn selber sprechen. Deshalb haben die Jünger in einer sehr einfachen Weise gelernt. Und daher hat sie geführt, Schritt für Schritt, mehr, 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 weil sie konnten durch Erkenntnis und Erfahrungssammlung wachsen. Es gibt auch eine Gefahr, die die Lektion erwähnt und ich denke, die wir auch verstehen müssen. Wir dürfen Erfahrung nicht verwechseln mit Emotionen. Wir dürfen Erfahrung nicht verwechseln mit einem Gefühl. Wir Nein. Das Gefühl ist eine Folge unseres Denkens, kann aber eine Folge unseres Essens sein, unseres Schlafens oder Nichtschlafens. Gefühle sind ein Ausdruck des Körpers an den Geist und sie tragen mit sich das, was den Körper belastet hat oder nicht belastet hat. Aber sie sind nicht das, was eine Erfahrung ausmacht. Menschen, die um den Heiligen Geist bitten, haben sehr häufig eine Erfahrung, indem sie sagen, endlich habe ich Gott nahe gespürt. Noch nie habe ich es so erfahren, dass er mir so nahe stand. es ist nichts Schlimmes. Es ist nur nicht die Erfahrung, die gemeint ist. Als Jesus am Kreuz hing, hielt ihn eine Erfahrung fest, die nicht auf Gefühle gestützt war, sondern als er dort hing und den Eindruck hatte, von Vater verlassen zu sein, das heißt, er fühlte nichts mehr. Aufgrund der Last der Sünde hatte er den Eindruck, er ist verloren, der Vater hat ihn verlassen. der Gedanke des Verlassensein macht in uns Gefühle, die uns grausam zerreißen. Wohl nichts Schlimmeres als abgelehnt zu werden, verlassen zu sein von denen, die man denkt, sie lieben einen. Da hat man keine guten Gefühle. da ist man leer von solchen Gefühlen, wenn man den Eindruck hat, diesen Gedanken hat. Und aufgrund der Sünde war Jesus in diese Position gestellt. Aber was hielt ihn am Kreuz, dass er nicht herabstieg? Was hielt ihn, dass er dennoch treu blieb seinem Vater? Es war die Erfahrung, seiner Lebenszeit von 33 Jahren den hielt. Es war, dass er wusste, ohne dass er es fühlte, dass der Vater da ist. Er hatte keine Aussicht aus dem Grab wieder aufzustehen, aber er lebte aus dem Glauben und das ist Glaube. Er fühlt nichts, vielleicht sogar das Gegenteil, aber er weiß, Gott ist ja noch da. Weil als er ruft, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wendet er sich an ihn? der Glaube war nie weg in Jesu Leben. Trotz dieser Gefühls, wenn man so will, nicht Störung, aber dieser enormen Last der Sünde, die ja etwas im Körper Jesu ausdrückte, das ihn in diese Situation brachte, vom Vater verlassen zu sein, wahrzunehmen. Aber sein Glaube blieb dennoch da. Und dieser Glaube war gestützt auf seine Erfahrung, war keine Gefühlserfahrung, war keine Emotion, nein, es war ein klares, so spricht der Herr. Ich werde dich nie verlassen noch vergessen. Du bist mein lieber Sohn, an welchen ich wohl gefallen habe. Eines Tages wird uns an unsere Schuppen von Augen geöffnet und wir werden mehr erkennen können, was Jesus war. Und wir werden sehen, wie sein Glaube siegte, der auf einer Erfahrung bestand, Gott hätte ihn nicht ans Kreuz gehen lassen, bevor er nicht angesammelt hatte die Erkenntnis und die Erfahrung, die ihn dadurch zieht und ihn durchmacht. Das heißt, dass er bestehen bleiben kann. So lasst uns nicht Erfahrung mit Emotion und Gefühl gleichsetzen. In jeder Erfahrung sind Gefühle mit beteiligt. Aber unsere Erfahrung im Glauben mit Gott sind nicht von einem Gefühl abhängig, sind nicht von Umständen abhängig, sondern von dem, was sich unser Geist gewohnt hat, sich darauf zu stützen. Nämlich auf das, wie wir mit Gott gewandelt sind all die Jahre. Und wer uns gehalten und getragen und gelehrt hat. Und auch wenn dann eine Situation kommt, die außerordentlich schwierig in unseren Augen erscheint, wissen wir dennoch aus Erfahrung, aus Erkenntnis, er trägt uns immer noch. Auch wenn wir nichts fühlen, wenn wir meinen, sind verlassen, bleiben wir dennoch fest. Das ist die Erfahrung, die Jesus meint, die ein leitender Jünger haben muss. Wir wissen alle, dass am Ende der Zeit die letzten Menschen, die Jesus sehen werden, bevor er kommt, beschrieben als die 144.000, die Treuen. Sie alle werden durch eine ähnliche Erfahrung gehen, des Verlassenseins von Gott. Sie leben durch die sieben Plagen, wo der Zorn Gottes ausgeschüttet wird auf diese Welt, um der Sünden der Menschen willen und sie leben nicht nach ihren Gefühlen. sie haben kein High Gefühl, nein, der Jeremia beschreibt sie als die Angst in Jakob. Und das müssen wir uns vorstellen, das sind alles Menschen, die den Charakter Christi völlig in ihrem Leben tragen. Das sind Menschen, die haben den Sieg über jede Sünde überwunden. Das sind Menschen, die gestanden sind für Gott und haben die Botschaft getragen bis an den Ende der Welt. Und jetzt sind sie in der Angst in Jakob. Jetzt sind sie in ihrer letzten großen Prüfung. Und was sie halten wird und was sie tragen wird dadurch wird nicht ein Gefühl sein. Nein, kein Gefühl. Auch wenn alles so aussieht und der Geist in einer Not steht, der Angst, das heißt, Gott möge uns verlassen haben. Wir können uns nicht vorstellen, was um uns passieren wird. Wir haben es beschrieben, aber die Vorstellungskraft ist nicht fähig, das zu tragen oder sich das vorzustellen. Deshalb braucht man eine Erfahrung und man braucht eine vorhergehende Erfahrung, dass man dann sagt, okay, hier war ich schon mal, ich habe das schon mal gefühlt, ich habe das schon mal erlebt, Gott hat mich getragen und jetzt bleibe ich genauso fest, weil ich habe die Erfahrung seiner Gegenwart, auch wenn ich nichts spüre. Unser Glaube muss über einem Gefühl stehen. Ich mag in der größten Angst sein, in dem Sinne, dass mich etwas erschreckt. Das bedeutet nicht, dass ich von Gott verlassen bin und bedeutet nicht, dass Gott mir nahe, ferne ist. Nein, als Jesus am Kreuz hing, war Gott in ihm, sagt die Schrift und Gott war in Christus in Römer. 2. Korinther 5 in den letzten Versen Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst. So, lasst uns nicht Erfahrung und Gefühl vermischen. Erfahrung ist etwas, ich bin hier durchgegangen, Gott hat es mich gelehrt, es waren am Anfang einfachere Sachen, es wurden dann schwierigere und noch schwierigere, aber alle haben mir geholfen vorwärts zu kommen, alle haben meine Muskeln gestärkt des Glaubens, alle haben mich fähiger gemacht zum Dienst, demütiger, dass Gott mehr Vertrauen haben kann in mich, mein Charakter wurde Gott ähnlicher durch all diese Erfahrungen und wir verwechseln nicht Erfahrung mit Gefühl. Ich muss nichts fühlen und ich weiß, dass Gott mit mir ist. Ich muss kein hoch Erlebnis haben und ich weiß, dass Gott mit mir ist, weil ich es weiß, weil ich es in zehn und halb Jahren, nein, auch in der Zeit davor, wo ich ihm ferne war, dennoch war er mir nahe. Ich kann seine Spuren sehen in meinem Leben, in allen diesen Abständen und ich bin so dankbar dafür. Und weil Gott so ist, weil ich ihn so kenne, von der Erkenntnis, aber weil diese Erkenntnis in meinem Leben auch zur Erfahrung geworden ist, deshalb kann ich, ganz egal, was ich fühle, wissen durch den Glauben, Gott ist mit mir und er rückt nicht ab von mir. Ich kann nichts tun, dass er sich von mir abwendet. deshalb solange mich niemand betrügen kann, dass er mich verlassen hätte, kann mich von Gott nichts trennen, weil Gott ist treu, er steht zu mir, ganz egal, wie ich bin. aber wenn der Böse durch irgendwelche Anfechtung mich dazu bringen kann, zu denken, ich bin von Gott verlassen, dann hat er mich betrogen, dann kommen furchtbare Gefühle und dann entferne ich mich von Gott, weil Gott mich verlassen hat, es gibt nichts Schlimmeres als das. Deshalb lasst uns das festhalten, meine Lieben, Gott verlässt uns nicht, nur wir können ihn verlassen, aber solange uns nichts von ihm trennen kann, weder ein schlechtes Gefühl noch Gewissensbisse, weil wir durch den Glauben an sein Kreuz, an sein Leben stehen in dieser Beziehung zu ihm, können wir Sieger sein, nur so wird der Sieg sein, er ist ein Glaubens Sieg entgegen aller Gefühle manchmal. Das heißt nicht, dass es nicht auch Gefühle gibt, die gut sind, wenn wir mit dem Herrn sind, ja, es gibt sie, aber lasst uns nicht darauf vertrauen, dass wir denken, wenn wir ein gutes Gefühl haben, sind wir näher an Gott, als wenn wir ein schlechtes Gefühl haben, das ist eine Lüge des Teufels. Wir sind genauso nahe an Gott, wenn wir ein schlechtes Gefühl haben, wenn wir ein gutes haben, weil Gott ist nicht ferne von uns, aber wenn wir uns nach Gefühlen richten, werden wir es nicht schaffen. wir müssen wir müssen eine Erfahrung besitzen, die über den Gefühlen steht, die unseren Geist stark machen, eine Erfahrung, die sich basiert auf das Wort Gottes. In den Hallen unseres Gedächtnisses haben wir die Dinge geschrieben und sie stehen fest für immer und nichts wird uns davon trennen lassen, abweichen lassen. Lasst uns kurz zusammenfassen, die nächste Lektion geht hier weiter, wo es um die Leiterschaft geht und wir fassen aber kurz zusammen, Gott sucht sich Leiter aus, er braucht leitende Jünger, aber all diese leitenden Jünger gehen durch eine Erfahrung in Zeit. Die Frucht der Arbeit eines jeden Menschen wird sich erst in der Zeit zeigen. Nicht in einem Augenblick, nicht in einer Situation, sondern in der Summe und was am Ende rauskommt. Lasst uns deshalb beständig sein, lasst uns uns prüfen, bringen wir die Voraussetzungen mit, sind wir belehrsam, kann uns Gott vertrauen, dass wir sein Wort auch richtig verkündigen, kann er uns vertrauen, dass wir seinen Charakter auch tragen werden und in der Welt darstellen einen Gott, so wie er ist. Ich möchte das, ich möchte, dass Gott all diese Dinge in mir entwickelt. Ich möchte das, so wie wir in den Texten haben, in Philippa 2, Vers 3, dass wir alles tun, so dass wir andere höher achten als uns selbst, dass die Demut und Sanftmut mein eigenes ist. Das ist mein Ziel, dass Gott in mir diese höchste Macht, die er hat zum Ausdruck bringen kann, nämlich in meiner menschlichen Natur einen Charakter hervorzubringen, der ihm ähnlich ist. ich hoffe, das ist auch dein Ziel, dann werden wir eines Tages aus Anfängen jüngern, wird uns Gott lenken und leiten, dass wir fortgeschrittene Jünger sind, so wir Schritt für Schritt die Erfahrungen umsetzen, uns nicht lenken lassen von Gefühlen, sondern stur, das heißt stur ist er, strax auf das Wort Gottes gucken, uns nicht davon abwenden, zielgerichtet, beständig, bis uns Gott ans Ziel gebracht hat. Möge uns der Geist Gottes hier beistehen und das tut er, wenn wir mit ihm zusammenarbeiten, so werden wir eines Tages zu fortgeschrittenen Jüngern, die viele Jünger gewinnen werden, aufgrund ihrer Erkenntnis und ihrer Erfahrung. Amen.